Unterwegs mit Ifani. Ja, seit ein paar Tagen sind wir alleine unterwegs. Gut, ein Schnupp ist dabei, aber ohne Mama. Das macht sie echt ganz prima. So ums Tierheim drumherum. Da merkt man ihr schon eine ziemliche Unsicherheit an. Für sie fehlt da einfach was. Aber wenn wir einmal so unterwegs sind, dann hat sie auch richtig Spaß in den Backen. Und marschiert ordentlich. Zwischendurch orientiert sie sich noch mal ein bisschen am Sam. Aber eigentlich macht sie so ihr Ding da vorne alleine. Und entdeckt alleine die Welt. Brauchen wir gar keinen mehr für. Der eine löpt da. Der andere löpt da. Alles schickig. Nee, ist echt schön, sie so zu sehen, wie sie so abstratzen. Pinselchen hoch und feine Öhrchen. Und so ihr Leben jetzt für sich entdeckt. Da ist schön. Nee? Tschuck, tschuck.